Hallo und herzlich willkommen hier auf Optionsstrategien.tv. Mein Name ist Jens Rabe und ihr seht mich heute hier vor ganz, ganz vielen Paketen. Und was es mit den Paketen auf sich hat und was ich beim Zusammenpacken dieser Pakete für das Trading gelernt habe, darum geht es im heutigen Video. Also es ist mal wieder soweit, wir sind kurz vor Weihnachten und wer schon bei uns Kunde ist, also wer ein Seminar besucht hat oder wer auch unser Coaching gemacht hat, der wird in den nächsten Tagen von uns ein kleines Päckchen bekommen mit einem Weihnachtsgeschenk. Das Weihnachtsgeschenk ist in diesem Jahr und das werden also alle Kunden in den nächsten Tagen unter dem Weihnachtsbaum haben. So, insgesamt sind das hier, also hier liegen welche, da liegen welche, die dann in die ganze Welt hinausgehen, hier liegen noch welche, die innerhalb der EU versandt werden. Das heißt, insgesamt waren das so ein bisschen mehr als 300 Pakete. Und diese Pakete mussten ja gepackt werden. Also ich bin zumindest der Meinung, man kann das natürlich alles auch einen Dienstleister machen lassen, aber wir sind ja gesund, wir haben gesunde Hände, also kann man das auch selber machen. Und jetzt habe ich mit meiner Familie, das heißt also mit meiner Frau, mit meinen drei Kindern, haben wir am Freitag diese Pakete gepackt. Und während wir das so gemacht haben, ist mir etwas eingefallen oder beziehungsweise bewusst geworden, was man auch sehr schön auf den Börsenhandel, aufs Trading übertragen kann. Nämlich, ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Wir sind hier in unserem Handelsbüro, weil da ist der meisten Platz gewesen, und dann haben wir hier quasi eine Poststrecke aufgebaut. Das heißt, ganz hier vorn stand meine Tochter Leonie, die hat die Kartons gefalten, weil die waren ja alle so zusammen gemacht. Danach stand meine Tochter Kim, die hat das eigentliche Geschenk hineingetan und etwas Füllmaterial. Dann kam ich, ich habe dann noch die Weihnachtskarte dazu gelegt und den Karton zugemacht. Das heißt, da musste dann nochmal so gefalten werden und rein. Ihr kennt das, wenn man solche Pakete macht. Dann stand daneben meine Frau, die hat das Ganze zugeklebt und hier diese Versandinformationen darauf geklebt. Und ganz hinten stand mein kleiner Sohn, der auch schon ganz fleißig mitgemacht hat. Und der hat dann die Pakete sozusagen verteilt. Also der war hier der Postmann und ist mit jedem einzelnen Paket dann rumgegangen und hat das verteilt. So, und was war jetzt das Interessante? Wir waren am Anfang, als wir das gesehen haben, Mensch, das ist schon ganz schön viel, was wir da machen müssen. Das wird wohl eine Zeit dauern. Da wir uns dann aber so aufgeteilt haben und gesagt haben, okay, jeder macht genau eine Sache, ging es dann wirklich schnell hintereinander weg. Also wir waren in gut zwei Stunden in etwa fertig. Und das Interessante war folgendes. Man hat richtig gemerkt, wie jeder schneller geworden ist. Und nicht etwa, weil wir dann gesagt haben, okay, los jetzt, damit was wird, sondern weil eben einfach die Tätigkeit, die man gemacht hat, einem schneller von der Hand ging. Also, ich kann es mal von meiner Seite aus sagen, ich kann es euch mal kurz zeigen. Ich hatte ja hier diesen, also so waren diese Kartons, ne? Und die mussten also so, das habe ich nicht gemacht, die mussten so zusammen gemacht werden. So, und dann müssen die ja hier so geknickt werden. Und dann müssen die so geknickt werden. Und dann muss diese kleine Lasche da hier vorne reingemacht werden, ne? All das muss da gemacht werden. Und am Anfang dauert das ein bisschen. Es ist eine ungewohnte Tätigkeit, ne? Ich mache das ja nicht jeden Tag, dass ich so viele Pakete zusammen packe. Im Laufe der Zeit aber, wenn man dann die ersten 50 gemacht hat, merkt man, oh, da kriegt man so die kleinen Tricks und Kniffe raus. Und wenn man nochmal 50 gemacht hat, dann geht es noch schneller. Und plötzlich macht man das wirklich wie am Fließband, ne? Das kommt, knickt und zack, 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 weiter. Also, es ging dann wirklich hintereinander weg. Und das ist also etwas, was man ja sehr, sehr häufig beobachten kann, dass manche Menschen in bestimmten Dingen eine enorme Fingerfertigkeit haben. Ihr kennt vielleicht diese Videos hier auf YouTube. Da gibt es Leute, die innerhalb von Sekunden eine Mango schälen oder eine Kokosnuss oder so. Und man denkt, Mensch, wie können denn die das machen? Und das hat wieder was mit, oder das können wir so eine gewisse Analogie auch aufs Trading beziehen. Nämlich, wenn wir Dinge zum allerersten Mal machen, dann fallen die uns schwer. Dann sind die ungewohnt. Man kennt die Bewegungen auch nicht so. Man weiß natürlich, wie es geht. Also, jeder weiß, wie so ein Karton zusammengefaltet wird. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig kompliziert. Trotzdem dauert es noch ein bisschen. Dann klappt es mal irgendwann nicht. Es geht nicht so richtig rein. Und im Trading ist das genau das Gleiche. Am Anfang fällt es uns schwer. Wir wissen zwar grundsätzlich, wie es funktioniert. Wir wissen, wie man eine Option findet. Wir wissen, wie man rollt. Wir wissen, wie man adjustiert. All diese Dinge sind uns ja bewusst. Aber es dauert eben. Es nimmt Zeit in Anspruch. Und warum? Weil wir es noch nicht oft genug gemacht haben. Wenn wir dann aber plötzlich das Ganze immer wieder machen, immer wieder machen, immer wieder machen, werden wir in diesen Dingen immer besser und besser. Und irgendwann, es dauert gar nicht so lange, geht es uns sehr, sehr schnell von der Hand. Und das ist etwas, was man in allen Bereichen des Lebens beobachten kann. Und warum sollte das also im Trading anders sein? Auch da ist es so. Jetzt machen allerdings die meisten Trading-Einsteiger einen entscheidenden Fehler. Nämlich, um nochmal auf diese Analogie hier mit diesen Päckchen zu bekommen, die fangen an, die Pakete zu machen und sagen jetzt, jetzt mache ich mal zehn Stück Falten. Und dann befülle ich zehn Stück und dann klebe ich zehn Stück zu und dann mache ich wieder das und dann mache ich wieder das. Das heißt, die werden in keiner dieser Sachen so richtig gut. Die springen also quasi hin und her. Heute mache ich mal diese Strategie, dann mache ich mal diese Strategie. Ach, jetzt adjustiere ich mal. Hat nicht so super funktioniert. Adjustiere ich mal lieber nicht mehr, sondern kaufe bei 100% Verlust zurück oder bei 200 bei Aktienoptionen. Ach, jetzt handele ich mal Future-Optionen, weil das ist ja viel besser als Aktien. Funktioniert gerade mal nicht, mache ich lieber wieder Aktienoptionen. Das heißt, die springen immer zwischen den verschiedenen Arbeitsstellen oder Arbeitsgruppen sozusagen hin und her und werden dadurch nie richtig gut in dem, was sie tun. Hingegen, wenn die einer kommt, relativ neu ist, dieselbe Ausgangslage hat und der sagt jetzt so, jetzt konzentriere ich mich auf eine Sache. Zum Beispiel, ich bin Einsteiger, mein Konto ist noch nicht so groß und ich möchte jetzt beispielsweise beginnen mit dem Optionshandel und gucke mir eben an, okay, was kannst du da machen? Bietet sich vielleicht am Anfang an der Handel mit Aktienoptionen, Shortputs oder sonst irgendwas. Und jetzt sagt er sich so, und jetzt bleibe ich dabei. Jetzt mache ich nichts anderes, als immer nur wieder diese Shortputs zu verkaufen. Das heißt, ich gehe immer wieder den gleichen Ablauf durch. Ich scanne die Märkte, mache meine Morgenroutine, ich gehe auf Dow und schaue mir Volatilitäten an, ich suche mir gewisse Aktien heraus, ich scanne noch Aktien, die nach oben ausbrechen, ich suche mir die entsprechenden Putz, verkaufe diese. Wenn sie gegen mich laufen, attestiere ich entsprechend. All diese Dinge, wenn er das immer wieder macht und immer wieder macht und immer wieder macht, mag das für einen Außenstehenden vielleicht ein bisschen langweilig sein, weil er sagt, mach da auch mal das oder mach da auch mal das. Aber der Vorteil, den derjenige, der das so macht, hat, ist, dass er innerhalb relativ kurzer Zeit, also sicherlich innerhalb von wenigen Wochen, Monaten, sehr, sehr gut wird in dem, was er da tut. Wohingegen die anderen teilweise jahrelang von Baustelle zu Baustelle bringen, springen und es nirgendwo, das wollte ich nämlich schon sagen, nirgendwo es zu einer gewissen Fertigkeit bringen. Das heißt, die sind nie gut in irgendetwas, sondern haben überall so ein bisschen reingerochen. Und das ist so ein Punkt, den ihr ganz wichtig beim Trading beachten müsst. Egal, was man da macht, egal, ob man jetzt Optionen handelt oder ob man Aktien handelt, Swing Trading, kurzfristig, wie auch immer. Aber man muss gerade als Einsteiger eine Sache machen und die sehr, sehr konsequent und immer wieder und immer wieder und immer wieder, weil dann lernt man die kleinen Tricks und Kniffe, die einem das Leben leicht machen. Es ist vielleicht dieses, im Trading kann man sagen, dieses Bauchgefühl, was sich dann so entwickelt. Ah, hier adjustierst du mal ein bisschen eher, hier machst du es mal ein bisschen später, hier wartest du mal einen Tag. Und das sind so die Dinge, die können sich nur über Erfahrung entwickeln. Aber Erfahrung, das heißt erfahren, das heißt, man muss es auch selber tun. Das kannst du nicht von mir lernen, das kannst du nicht in Büchern lesen, das kannst du nicht in Seminaren lernen. Man muss es selber tun und zwar konsequent. Und wer das macht, der hat natürlich dann auch gute Chancen, richtig gut in dem zu werden, was er da gerade tut. Gut, ich weiß also jetzt, soll das mit dem Trading nicht mehr funktionieren. Ich denke, bei Amazon kriege ich noch einen Job, kann ich dann am Tag 5000 Pakete verpacken. Aber naja, gut, ich glaube, ich bleibe dann doch eher beim Trading, weil das funktioniert dann doch wesentlich besser und ich glaube, ist auch deutlich besser bezahlt. In diesem Sinne wünsche ich euch allen schon mal eine schöne Vorweihnachtszeit, immer noch. Viel Erfolg im Handel. Ihr könnt mir übrigens gerne mal in die Kommentare schreiben, was habt ihr denn so für Erfahrungen gemacht? Gibt es Tätigkeiten in eurem Trading, wo ihr gesagt habt, da bleibe ich jetzt mal dran und die dann plötzlich wie von selbst liefen, weil das einfach so konsequent gemacht hat? Oder seid ihr auch eher die, die immer hin und her gesprungen sind oder vielleicht sogar jetzt aktuell immer noch hin und her springen? Wir sehen uns wieder im nächsten Video und alle Kunden, wie gesagt, Coaching, Seminar, die können gespannt sein, was wird denn wohl hier in diesem kleinen Paket sein, was ihr demnächst bei euch zu Hause habt. In diesem Sinne, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euch bis dahin, alles Gute, Servus, macht's gut, bye bye.